Hallo und herzlich willkommen auf meiner Facebook-Seite und alle, die uns jetzt nicht live zugucken können, natürlich auch in der Aufzeichnung. Heute habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, die Christina. Liebe Christina, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ja, Sandra, das mache ich sehr gern. Ich bin Christina Bodendieck, Akquise- und Verkaufsmentorin und zeige meinen Kunden, wie sie mit ihren Stärken langfristig die Kunden gewinnen, die ideal zu ihnen passen und bin Spirings-Partnerin für alle Fragen rund um den Verkauf und um die Kundengewinnung. Zielsetzung ist, dass du authentisch verkaufst und zwar so, dass es dir Spaß macht und du einfach Erfolg hast dabei. Ich finde es wundervoll. Vielen lieben Dank für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Sandra Staub. Ich mache Social Media und Funnel-Marketing. Das heißt, was ich tue, ist, ich hole Kunden ab und ich begleite sie bis zum Verkauf, manchmal sogar noch ein bisschen weiter. Öfter mal störe ich auch noch in der Produktentwicklung herum, denn manchmal liegt es auch am Produkt. Das ist eine unangenehme Wahrheit, die wir alle, glaube ich, schon mal gehört haben. So, ja, dieses Waschmittel verkauft sich nicht, weil dieses Waschmittel mit Geruchsricht und Gurke wollen die Leute nicht. Also, das ist ein Problem, mit dem ich öfter mal kämpfe. Jetzt bist du zum Glück unsere Verkaufstrainerin und wir haben uns ja heute das Thema authentisch verkaufen gesetzt. Und ich habe mir so ein paar Fragen vorbereitet für alle, die uns jetzt gerade live zusehen oder auch für alle, die uns in der Aufzeichnung zusehen. Mich würde interessieren, ob ihr unseren Ton hören könnt, ob das klappt für euch, ob das funktioniert. Schreibt uns einfach mal einen Kommentar. Ich kann die Kommentare hier im Tool sehen und werde natürlich auch sofort antworten, wenn ich euch erblicke. Also, wie gesagt, freut mich sehr, wenn ihr direkt was drunter schreibt. So, jetzt mal zu meinen Fragen. Also, ich habe so die Erfahrung gemacht, die meisten Menschen haben Kunden nicht einfach so. Also, Kunden tauchen nicht einfach so aus dem Nebel auf und sagen, ich wäre jetzt so weit. Und sehr viele glauben, dass wenn sie sehr viel mehr auf Social Media posten, dass sie dann besser gesehen werden. Das ist ein Teil der Wahrheit, sage ich immer. Aber weil wir eben auch darüber sprechen, dass die Leute zum Vertragsabschluss kommen wollen, habe ich mir gedacht, wir klären einfach mal, was authentisch verkaufen im Gegensatz zu diesem Pushy-Verkaufen, diesem unauthentischen Verkaufen ist und wie du das siehst und wie du das einstätzt, liebe Christina. Ja, also ein Klassiker ist zum Beispiel, also aus meinem Coaching-Bereich, ich hatte eine Kundin, die ist Vertreterin für Bromöbel. Also, was ganz Handfestes geht in die Unternehmen rein und die hat gedacht von sich selber, sie müsste mehr aktiv verkaufen, mehr Pushy, wie du das gerade genannt hast und hat sich dafür ganz bestimmte Bücher gekauft und hat versucht, diese Redewendung zu übernehmen und ist damit in ihre Verkaufsgespräche gestartet und ist kläglich gescheitert. Und zwar hatte sie wirklich einen Kloß im Hals, weil sie diese ganz bestimmten Formulierungen, die einen Verkaufsabschluss vielleicht beschleunigen sollten, überhaupt nicht über die Lippen gebracht hat und das war nicht ihrs. Und das Allerwichtigste ist, egal ob ich jetzt im Verkauf bin, ab Telefon oder persönlich im Kundengespräch, dass ich bei mir bleibe, praktisch authentisch bleibe. Ich muss nichts auswendig lernen, ich muss mir nicht im Vorfeld irgendwelche Formulierungen rüberziehen, von denen ich meine, sie sagen zumindest, das Allerwichtigste ist wirklich, dass ich einen guten Blick habe, wer ich bin, was ich anbiete, was der Wert meiner Leistung ist, die ich in die Welt bringe und dann wirklich auf Augenhöhe ein Gespräch mit meinem Gesprächspartner führe, weil Menschen kaufen immer von Menschen. Und das sind nicht so sehr die Formulierungen, das hat viel damit zu tun, einen guten Blick, wie du das auch genannt hast, also für das eigene Produkt zu haben. Das ist ein Blickpunkt. Und das andere ist, dass ich einfach meinem Gegenüber Wertschätzung entgegenbringe. Das kann ich ausdrücken, indem ich zum Beispiel mein Erstgespräch führe, indem ich Fragen stelle und zwar Fragen, bevor ich verkaufe. In ganz vielen Gesprächen passiert ist, dass so mit der Tür ins Haus gefallen wird. Da wird vielleicht angerufen und da wird erstmal ein Monolog gehalten. Oder ich sitze jemandem gegenüber und texte denen zu im Erstgespräch, ohne dass ich überhaupt heraushöre, wer ist mein Gegenüber, was ist sein konkreter Bedarf, wo drückt ihn der Schuh. Weil nur dann, wenn ich das weiß, kann ich überhaupt ein passgenaues Angebot machen. Das heißt also, viel wichtiger ist, bevor ich in so ein Gespräch rein starte, mir gar nicht so sehr Gedanken zu machen, bin ich jetzt authentisch oder nicht. Sondern das Allerwichtigste ist, meinen Zielkunden anzuschauen. Wer ist das, wo hat der möglicherweise seine Herausforderungen. Und darüber kann ich eine Verbindung, weil das, was wir brauchen, wenn wir in den Verkauf gehen, dass wir Vertrauen aufbauen zu unserem Gesprächspartner. Kein Mensch kauft bei uns, wenn er uns nicht vertraut. Also kann die Frage sein, gar nicht so sehr, dass ich mir jetzt groß was überlege an Formulierungen, sondern vielmehr, dass ich meinem Gesprächspartner das Gefühl gebe, er ist bei mir in guten Händen. Das heißt, ich begegne ihm wertschätzen, ich stelle ihm die richtigen Fragen und das sind in der Regel W-Fragen. Was genau führt sie zu mir, wo drückt das Schuh, vor welchen Herausforderungen stehen sie oder was möchten sie gelöst haben. Also je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin. Das ist viel, viel wichtiger, als dass ich mir jetzt so Verkaufsformulierungen überlege und dann wirklich eine nach dem anderen aus dem Hut zauber. Weil häufig laufen ja Verkaufsgespräche auch nicht so statisch, sondern das ist eine Melodie. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich Fragen stelle, dass wir in einem Dialog starten. Und das Allerwichtigste dabei ist einfach, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Jetzt muss ich nochmal einhaken, weil du gesagt hast, eigentlich, wenn du es so beschreibst, klingt es eher danach, als würde man beim Verkaufsgespräch zwei Drittel der Zeit zuhören. Ist das richtig? Also es gibt so eine Empfehlung in der Literatur, die ist 70-30. Und im Idealfall, also wirklich Idealfall, ist es so, dass du deinem Kunden wirklich 70 Prozent zuhörst. Also die richtigen Fragen, die im Vorfeld, und das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung in der Vorbereitung, dass, bevor du in dein Verkaufsgespräch einsteckst, dass du dir ganz genau überlegst, dass du so drei bis fünf Fragen zur Hand hast, einfach um diesen Dialog mit deinem Kunden zu initiieren. Das würde ich dir empfehlen. Und dann wirklich hinhören, und weil das Tolle ist, dein Kunde liefert dir deine Verkaufsargumente. Wenn du aktiv hinhörst und zum Beispiel genau heraushörst, wo ihn der Schuh drückt, was ihn beschäftigt, warum es bisher noch nicht geklappt hat, kannst du dein Angebot, deine Lösung mit seinen Herausforderungen verbinden, und dein Kunde ist viel eher bereit, dir zu folgen. Das ist natürlich richtig cool, wenn ich genau sage, okay, ich habe so ein Schema von Anfangsfragen, die ich vielleicht mit einem Experten ausgearbeitet habe, wo ich sagen kann, okay, so möchte ich gerne, oder die Fragen sind relevant für mich, weil das kann unser Produkt bieten, oder das passt da genau drauf, aber trotzdem muss ich erstmal den Bedarf ermitteln, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann erst kann ich ein Verkaufsgespräch führen, und dann passt es auch mit dem Authentischsein. Jetzt habe ich aber aus meiner Community, denen ich das quasi kurz per Nachricht geschickt hatte, dass ich dieses Interview mit dir machen werde, gefragt, was sie eigentlich am allerabtórndensten finden am Thema verkaufen, und dann haben mir drei zurückgeschrieben, ich bin einfach nicht motiviert, hast du einen Motivationstipp? Und die Sache gebe ich jetzt eins zu eins weiter. Gibt es einen Tipp, mit dem ich mich besser motivieren kann, damit ich meine Akquisegespräche, keine Ahnung, immer Freitagvormittag irgendwie mit besserer Energie oder einfach generell besser durchführe? Ja, also der Tipp, der am besten aus der Erfahrung funktioniert, ist, wenn du weggehst vom Verkaufen, also ich muss oder ich will verkaufen, sondern hin zu Lösungsanbietern. Also dieser Blickpunkt, wenn du diese innere Haltung wechselst und dir überlegst, was du an Wert für deinen Kunden in diesem vielleicht schon Erstgespräch mit reinbringst, welchen Wert dein Produkt hat, was du in die Welt bringst, wie es deinen Kunden nützt. Einmal bist du total in der Kundenperspektive, das heißt, du produzierst dadurch laufend Argumente, mit denen du deinen Kunden auf dein Produkt letztendlich einstimmst, und es macht auch was mit dir. Oder wenn du einfach, wenn ich mir überlege, ich greife zum Hörer und muss jetzt verkaufen, das funktioniert in der Regel überhaupt nicht. Also ganz wichtig ist, den Druck rauszunehmen. Den eigenen Druck rauszunehmen, sondern wenn ich zum Beispiel mir überlege, ich möchte jetzt gerne neue Interessenten gewinnen, sei es von mir aus per Telefon, dann kann ich mir zum Beispiel vornehmen, ein Informationsgespräch zu führen, um erstmal herauszuhören, wer ist mein Gegenüber, wo steht er, was begeistert den, was beschäftigt den. Natürlich habe ich ein Ziel. Das ist nicht so ein Plauschgespräch, dass ich nur ein Kaffeetrinkgespräch praktisch mit dem führe. Das nicht. Und trotzdem kann ich durch meine, das sind wieder die Fragen, also die W-Fragen, die dabei unheimlich gut helfen, herauszuhören, wo steht mein Kunde? Ist das überhaupt ein interessanter Gesprächspartner für mich? Und ich gehe ganz anders an das Gespräch heran. Und das Tolle ist, das überträgt sich sofort auf meinen Gesprächspartner. Das heißt, wenn ich selber ein Stück weit den Druck rausnehme und mir erlaube Informationsgespräche natürlich mit einem Ziel, weil ich will in diesem Gespräch herausfinden, passen wir zusammen. Möglicherweise ergibt sich durch die Fragen, ich bekomme genau den Bedarf ermittelt und kann ich daraus schon am Telefon ein Erstgespräch machen. Wichtig ist nur die eigene innere Haltung. Also das eine ist mir bewusst zu machen, welchen Wert ich in die Welt bringe durch mein Produkt, wie der Kunde davon profitiert. Das hat so viele positive Effekte. Einmal ist es für mich viel leichter anzurufen, weil ich habe etwas ganz Tolles, was ich gerne vorstellen oder zeigen möchte. Das heißt, ich klinge ganz anders, ich habe eine andere Ausstrahlung und ich bin sofort auch aus Kundensicht dabei. Und dann ist es gar nicht mehr so sehr das Verkaufen, sondern ich baue einen Dialog auf und wir tauschen uns darüber aus. Das ist aber dann wirklich eher, das geht eher in Gespräch und Gesprächsführung rein, habe ich den Eindruck. Und man muss natürlich von dem Produkt überzeugt sein. Und das sehe ich auch bei ganz vielen, dass sie eigentlich nicht so mega überzeugt sind von dem Produkt, das sie gerade verkaufen. Und hast du da einen Tipp, was man dagegen machen kann? Ja, ist auch wieder was ganz Einfaches. Also alle, die jetzt dabei sind und zuhören, nehmt euch bitte einen Zettel und einen Stift und schreibt euch 25 Gründe auf, warum euer Kunde euer Produkt kaufen soll. Und das wird, bei den ersten fünf ist es leicht, bei den ersten zehn geht es noch so und irgendwann wird es eng und hakig. Und macht da weiter. Weil das hat was damit zu tun, dass ihr eure Perspektive wechselt. Und das ist wirklich so dieser Sprung über die Hürde, wirklich mal zu gucken, in welche Bereiche geht das eigentlich alles über und was ist das, was ist für den Kunden? Wie verändert sich der bis sein Leben? Was macht es ihm leichter? Wie erreicht er seine Ziele schneller? Wie profitiert er ganz konkret? Und wenn du dich damit anfängst zu beschäftigen, fällt es viel leichter, dein Produkt im nächsten Gespräch ganz konkret vorzustellen. Natürlich nachdem du den Bedarf ermittelt hast. Okay, Schritt eins, Bedarf ermitteln. Schritt zwei, einfach ein gutes Gespräch führen und auch überzeugt sein von seinem Produkt. Genau. Und jetzt weiß ich aus meiner Community, dass viele beim Thema Telefonakquise so ganz tolle Falten werfen und sagen, furchtbar, nein, geht gar nicht. Und ich merke da halt einfach, da ist der Ruf echt ganz furchtbar schlecht bei der Telefonakquise, obwohl ich weiß, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und ich wollte jetzt einfach mal an dich als die Expertin die Frage stellen, weißt du, warum Telefonakquise so einen furchtbar schlechten Ruf hat? Und wie denkst du, könnte man das eventuell besser machen? Also zu dem Ruf, das kennen wir alle. Stell dir vor, du kommst nach dem Arbeitstag nach Hause. Acht Uhr, neun Uhr, also du wirst wirklich deine Ruhe haben. Es klingelt das Telefon. Wer ist dran? Ein Callcenter. Die wollen dir irgendwas verkaufen. Die texten sich einfach zu. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass häufig in der Vergangenheit am Telefon Verträge abgeschlossen wurden, wo die Menschen sich zu Recht über den Tisch gezogen fühlten. Das heißt, dieser direkte Draht wurde einfach ausgenutzt für Geschäfte, die einfach ganz häufig bei dem, der angerufen wurde, im Nachhinein kein gutes Gefühl ausgelöst haben. Und wenn wir jetzt mal den Sprung über die Hürde wiederum machen und uns überlegen, weil ganz häufig ist es so, und das ist eben genau, deswegen finde ich die Telefonakquise so ein wertvolles Tool zur Ergänzung zu Social-Media-Tools. Weil Menschen, und ganz häufig wird das unterschätzt, dieses Bedürfnis nach einem wirklichen Austausch. Ich kann im Social-Media-Bereich durch Likes, durch Kommentare, kann ich eine Verbindung aufbauen und kann natürlich meine Sichtbarkeit steigern und kann schon ganz, ganz viel erreichen. Nur dieses wirkliche, echte Gespräch, um einfach mal nachzuhorchen, wie klingt denn die Stimme, wer ist denn die Person wirklich, das kann ich mit dem direkten Draht machen. Und wenn ich da wiederum auch darauf achte, dass ich wertschätzend bin im Umgang, dass ich meinem Gesprächspartner abhole, wo es steht, also gar nicht so sehr mit diesem, ich muss jetzt verkaufen, weil ich kriege das Produkt eh nicht durch den Hörer. Das funktioniert in der Regel gar nicht, sondern ich kann eine Verbindung stärken, die ich vielleicht im Social-Media schon aufgebaut habe, kann ich mit dem direkten Draht untermauern und einfach meinem Kunden dadurch zeigen, dass er mir wichtig ist, dass ich eine hohe Wertschätzung habe und einfach hören möchte, wie er zu dem Thema steht, was ich vielleicht gerade anbieten möchte. Und schon habe ich eine Gesprächsebene. Und das ist einfach eine tolle Ergänzung, was so ein Mix einfach auch wertvoll macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bringst du mich ein, weil ich natürlich jetzt auch sofort drüber nachdenken muss, Moment, wenn ich quasi auf Social Media den Kontakt erstmal aufbaue und nachher, was wir hier nennen, nachqualifiziere, und dann sagen, oje, oje, jetzt hast du dich verschluckt, glaube ich. Oje, aber meine Idee, wie wäre es, wenn wir auf Social Media den Kontakt aufbauen und im klassischen Lied Nourishing, das heißt, den Kontakt nähern und dann eben sagen, hey, möchtest du gerne mal ein Telefonat mit mir und dann im Telefonat mehrheitlich erstmal den Bedarf abklopfen, dann würden wir relativ schnell wahrscheinlich auch an einen Abschluss kommen, weil ich habe auch bei dir gelesen, dass viele Leute einfach gar nie zum Abschluss kommen, die nehmen zwei Elabente-Takte auf, aber die haben keine Chance, irgendwann mal tatsächlich zum Punkt zu kommen, wo auch Geld fließt, wo sie dann auch mal was verkaufen und das ist natürlich ein gewisses Problem. Geht's wieder bei dir? Okay, ich gewischt. Ja, ja, nimm dir Zeit. Was soll die sagen? Also ich finde es auch sehr interessant, dass der telefonische schlechte Ruf so stark ist und ich denke, es war so eine Anmerkung, die ich jetzt gerade per Kommentar bekommen habe, Telefonatquise hat deswegen so einen schlechten Ruf, weil es eben so viele Telefonkeiler-Anrufe gibt und irgendwelche Spam-Anrufe. Das hat aber eigentlich mit Telefonatquise meines Wissens gar nichts zu tun, weil Telefonatquise ist ja, dass ich jemanden, den ich schon kenne, nochmal in ein Gespräch einlade und sage, hey, wie wär's? Und nicht mal dazu noch nachdenken. Übrigens, ihr könnt mir nicht nur private Nachrichten an die facebook.com.de Sandra-Staub.de-Seite schicken, wie ich es jetzt gerade erhalten habe, sondern ihr könnt auch gerne direkt hier drunter kommentieren. Wir gucken uns natürlich die Kommentare auch in Echtzeit an, respektive 90 Sekunden verspätet. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich weiß, ganz, ganz viele Leute haben das jetzt sicher gehört und haben sich gedacht, ja, okay, das mit der Akquise, da könnte ich besser werden. Ich weiß, du bietest was an und da dachte ich mir, da gebe ich dir sehr gerne mal die Bühne, wenn du magst. Sehr gerne. Ich hoffe, dass meine Stimme wieder da ist. Oh, ich bin so erkältet. Oh ja, das passiert auch. Ich bin ab und zu einfach mit so einem Hüstenschwall. Oh, unangenehm. Aber nichtsdestotrotz. Einmal Tiefluft holen. Einmal Tiefdurchsachen. Es geht nämlich um ein neues Gruppenprogramm, gerade wenn du merkst, dass du deine Verkaufsfähigkeiten noch stärker trainieren willst und das auch gerne im geschützten Rahmen einer Gruppe machen möchtest, dann ist das ideal. Das Gruppenprogramm nennt sich Verkaufen auf Augenhöhe. Wir starten jetzt im Mai und da hast du die Gelegenheit, einfach in der Gruppe zu trainieren. Du kriegst jeden Monat von mir eine Stunde wirklich im Live-Roll. Live-Call, wo du Fragen stellen kannst, aber auch wirklich inhaltlich. Es sind zwölf Monatsthemen, alles rund um Akquise und Verkauf, in dem du wirklich trainieren kannst und innerhalb der Gruppe Dinge ausprobieren kannst, Gesprächsleitreden entwickeln kannst und deine gesamte Vermarktung so auf die nächste Stufe heben kannst, dass dir das einfach leicht fällt, dass du leicht zum Hörer greifst, dass du deine Erstgespräche führst und einfach merkst, wie du deinen Kunden sicher zum Abschluss begleitest. Für alle, die das jetzt super spannend finden, so wie ich, blende ich gerade die Facebook-Seite von Christine ein. Ihr könnt oben den Namen finden, unter dem ihr sie sofort anklicken könnt und wo ihr auch sofort mal vorbeiklicken könnt, um euch das Programm anzusehen. Natürlich auch in der Videobeschreibung, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wie es jetzt gerade eingebettet ist, kannst du dann auch den Link finden, mit dem du hinkommst, direkt zu dem Gruppenprogramm. Denn ich finde das, die Idee, authentisch zu sein, auf Augenhöhe zu sein, auch mit dem Kunden, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und ich denke, da führt eigentlich heute kein Weg mehr dran vorbei. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und das hat was damit zu tun, weil, wenn wir selbstständig sind, werden wir unsere gesamte Zeit der Selbstständigkeit immer Akquise machen und auch verkaufen. Und warum uns das nicht entspannt und das so machen, dass es zu unseren Stärken passt? Also das heißt, zu schauen, was kann ich besonders gut, was fällt mir leicht? Ist es eher das Gespräch oder ist es eher das direkte Gespräch oder schreibe ich Kunden lieber an? Wenn ja, wie kann ich das tun? Wie schaffe ich es, eine Headline so zu formulieren, dass ich sofort Interesse wecke? Und wie kann ich zum Beispiel das Gespräch nachfassen mit einem Telefonat, wo ich nicht so klinge, wie die 50 anderen, die vielleicht vorher angerufen haben? Und da gibt es so viele Möglichkeiten und das möchte ich euch gerne einfach zeigen, wie ihr das ganz praktisch für eure Neukundengewinnung und auch für eure Verkäufe einsetzen könnt. Super cool. Alles, was mir noch zu sagen bleibt, heißt eigentlich, such dir die richtige Person, mit der du verkaufen lernst, mit der du quasi auch Vertrauen fassen kannst, dass die Person dir wirklich verkaufen so beibringt, dass es dir persönlich auch gefällt. Dann sage ich super, vielen herzlichen Dank und jetzt muss ich noch mal einen kleinen Werbeblock einblenden, denn es ist nämlich so, authentisch verkaufen ist eine coole Geschichte und das ist überhaupt nicht die Frage. Ich werde mir die ganzen Tipps natürlich mitnehmen, um mal einen Online-Kongress zu promoten, um natürlich auch dort Sponsoren nachzufassen, weil das ist das, was nämlich am Freitag bei mir ansteht und das ist bei mir so ganz klassisch, Freitag ist mein Akquisetag, da nehme ich mir immer Zeit, um so Dinge fertig zu bringen und zu sagen, okay, jetzt wäre es soweit, jetzt muss ich aber ans Telefon sagen, so, Herr Kunde, wie ist es? Machen wir jetzt mal was? Genauso ist es nämlich bei mir. Dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, Christina. Es war toll, dass du hier warst und vor allem, dass du uns so viele großartige Tipps mitgebracht hast. Motivationstechnisch muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten und da, glaube ich, kann ich auch mein Team noch ein bisschen unterstützen, weil das sind so Dinge, ich denke, da muss man dann als Unternehmen, also als Unternehmerin, manchmal selbst an das Telefon und selbst drangehen, weil es einfach was anderes macht, also macht einfach was anders mit den Menschen. Super cool. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für alle, die jetzt noch eine Frage haben zu genau diesem Thema, zu einem ähnlichen Thema, zum Programm. Schreibt es gerne einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich ganz herzlich. Lieben Dank für die drei Leute, die mir eben eine private Nachricht geschickt haben. Wie gesagt, das war das Thema Motivation, das Thema, warum hat es so einen schlechten Ruf und warum habe ich da keine Lust drauf. Völlig egal, mit Christinas Tipps, glaube ich, wird es sehr, sehr viel schnell, sehr viel leichter und folgt ihr natürlich auf ihrer Facebook-Seite. Ich verlinke euch die auch gerne nochmal. Ihr findet sie ganz einfach. Christina Bodendick, mehr Kunden, besser verkaufen. Ganz einfache Nummer für euch und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen einen wunderschönen Resttag, Restabend und ich hoffe, bis ganz bald hier. Nächste Woche gibt es übrigens wieder ein Live am Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.